Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Mo Frisch. Willkommen bei Frankfurt Freshers. Heute mit Seabreaker und Stoney High von der Thuggish World Gang. Also die Jungs kommen aus Bagnang. Bagnang ist in der Nähe von Stuttgart. Und die Jungs machen Reggae, Dancehall, Rap. Es ist mehr oder weniger ein Kollektiv, würde ich sagen. Weil es gibt noch Tänzer und Beatmaker. Also es ist wirklich eine große Crew hier in der Nähe von Stuttgart. Wir haben auch schon einige Videos online, wie zum Beispiel jetzt vor kurzem wurde released R.I.P. I'm Going Down. Ich glaube, das war eine Kollaboration von Seabreaker und Stoney High. Ja, Tänzer World Gang. Tänzer World Gang ist die Gang. Weißt du was ich meine? Ja man, das ist die Gruppe der Tänzer World Gang. Also wir machen das zusammen. Weißt du was ich meine? Also es heißt TWG. Und wie gesagt, wir besprechen am besten den Rest dann im Interview. Ich komme natürlich wie immer zu meiner allerersten Frage. Meine erste Frage zu euch ist, alles frisch? Ja man, alles frisch, man, Bro. TWG repräsentiert Frankfurt den frischsten, Nigga. Check das. Alles frisch? Ja man, alles frisch, alles super. Ja man, alles gut, alles okay mit uns, you know. Feeling happy, alles, you know. Also wie ihr es wahrscheinlich schon gerade bemerkt habt, das Interview wird jetzt auf Englisch geführt. Ich hoffe ihr habt damit kein Problem. Ich werde partweise auch was übersetzen, aber ich vertraue euch einfach mal, dass das Englisch bei euch schon soweit gut ist. Also gentlemen, was ist der TÜRKISH WORLDGANG? Was ist der TÜRKISH WORLDGANG? Wer möchte starten? Seabreaker oder Stony High? Der TÜRKISH WORLDGANG ist die GANG, man. Wenn man über die TÜRKISH WORLDGANG spricht, spricht man über alles. Wenn man über die TÜRKISH WORLDGANG spricht, spricht man über alles. Denn es ist eine GANG, wobei alle drin sind. Nicht die Arab-Leute, nicht die Gambien. Es ist eine ganze Sache. TÜRKISH WORLDGANG bedeutet, dass die TÜRKISH PEOPLE zusammen mit der TÜRKISH WORLDGANG ist. Das bedeutet TÜRKISH WORLDGANG. Also ich werde auf die TÜRKISH WORLDGANG schauen. TÜRKISH WORLDGANG ist der TÜRKISH WORLDGANG. Ja, Mann. Und für euch, Seabreaker, was ist TÜRKISH WORLDGANG? Okay, das ist das, was Stony sagt. TÜRKISH WORLDGANG ist, wir sind hier für eine Liebe. Wir schauen uns nicht, wo wir sind oder wie wir sind. Wir stehen für die Humanität. Wir stehen für die Liebe. Das ist TÜRKISH WORLDGANG, TWG. Also wir sind eine Familie, was ich sagen kann. Wir sind eine Familie für alle Menschen. Und wir sind eine Familie für alle, die uns unterstützt und alle, die uns lieben. Wir sind für alle. TÜRKISH WORLDGANG. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist TÜRKISH WORLDGANG. Es sind jetzt nicht nur Stony High und Sea Breaker. Es sind halt, wie gesagt, noch mehrere. Sie supporten sich gegenseitig. Es sind meistens Künstler, Tänzer, Rapper. Ich glaube, er ist das Schwerpunkt Reggae-Dancehall. Aber das finde ich jetzt mal heraus. Welche Musik machst du? Das, was ich gehört habe, war die meisten Reggae-Dancehall? Ich glaube, du bist der Reggae-Dancehall. Ja, wir machen Reggae-Dancehall. Nein, Dancehall. Ja, Dancehall. Und wir machen Rap, auch. Ja, wir machen Rap, auch. Ja, wir machen Rap, auch. Wir machen Rap, auch. Dancehall. Und wir machen Rap-Dancehall. Das ist unser eigener Typ. Du weißt, was ich meine? Also, wir hoffen, dass alle das gefällt. Ja, also wie ich das schon vorhin gesagt habe. Rap, Reggae-Dancehall. Rap und Dancehall. Also, die vermischen das. Die machen wirklich cooles Zeug. Also, solltet ihr euch mal reinziehen in der Beschreibung, in der Description. Ja. Es gab eine interessante Worte, die wir vorher gesprochen haben. Rambala, ja? Ja. Rambala. Rambala. Sorry, ja? Rambala, ja? Kannst du dir erklären, was Rambala ist? Rambala, ja? Rambala ist einfach wie Afro-Musik. Afro-Musik, ja? Es ist einfach wie Afro-Musik, ja? Und in Gambien, ja? Viele unserer Artikel singen immer Rap-Dancehall. Aber hier machen wir nicht Rap-Dancehall. Hier machen wir Rap und Dancehall. Ja. Okay. Kannst du dir erklären, was für dich Rambala ist? Ja. Rambala ist wie die Kultur. Es ist wie die kulturelle Musik von Gambien. Sie mixen mit Hip-Hop, mit Afro-Beat. Das ist Rambala. Wie die same Turkish World Gang. Was wir machen, was wir machen, richtig? We mixen mit Rap und Dancehall. We mixen mit Hip-Hop, mit Rap. We mixen mit Rap und Dancehall. So, das ist Rap und Dancehall. So, es ist die gleiche Stimme. Rap und Balak. Wenn du zum Rap und Balak kommst, ist es kulturelle. Wir mixen mit Rap. In Englisch mit unserer kulturellen Sprache. So, das ist Rap und Balak, man. Yo, man. Freshest, you know. Rap und Balak ist das fresheste Ding, you know. Stuggish World Gang, Frankfurt, freshest. Die alle Niggas check on, man. Okay, also wie ich das jetzt verstanden habe. Rambala ist eine... Na, wie soll man das erklären? Eine Art Mix aus Hip-Hop, Reggae, Dancehall in Gambia. Die Jungs sind auch aus Gambia. Ist das okay, wenn ich sage, du bist aus Gambia? Ja, das ist richtig. Wir sind aus Gambia, man. West-Afrika, man. Weißt du was ich meine? In Gambia, West-Afrika, man. Wir machen die richtige Dinge hier, man. Stuttgart, Bach. Na, du hörst auf Tuggish World Gang. Wir sprechen jeden Tag, n****. Wir werden nicht stoppen, man. Yo, man. Check out that. Ja, natürlich. Sorry, ich dachte, du wolltest etwas sagen. Okay, dann Seabreaker. Ich habe noch eine Frage für dich. Wie startest du mit der Musik? Und wann? Wann habe ich mit der Musik angefangen? Ja. Okay. Das ist ein sehr wichtiges Punkt, das du auch kennst. Ich kann es nicht wirklich noch nicht erinnern. Aber es war so lange, seitdem ich zur Schule ging. Ich war in der Musik. Ich war in der Musik. Ich war in der Musik. Aber bis zu diesem Level, ich versuche jetzt, ich versuche, zu werden, zu werden, zu werden. Okay. Zu werden, zu werden. Okay. Du warst auch in der Musik? Ja, natürlich. In der Musik. Ich war in der Musik. Ich war in der Musik. in der Musik. Ich war in der Musik. In der Musik. In meiner Lande. In welcher Musik? Ich war in der Musik. In der Musik. In der Musik. Und ich singe auch in meiner Sprache. In meiner eigenen Sprache. In meiner Mutter. Ist das okay? Nur für Informationen. Was ist deine Sprache? Was heißt es? Meine Sprache ist Fula. Ich bin Fula. Ich bin Fula. Ich bin Fula. Ja. Das ist die Gambian Sprache. Fula ist ein Trabe. Ich bin Fula. Ja. Also der Seabreaker hat auf jeden Fall in Gambia auch schon Musik gemacht. Bei denen ist immer was los. Also der Seabreaker hat in Gambia auch schon Musik gemacht. Und zwar Reggae Dancehall in seiner Heimatsprache. Sogar in Fula. Ja. In Fula. Ja. In Fula mit Englisch. Ja. In Fula mit Englisch. Ja. Ich mixe es. Manchmal singe ich in Fula. Manchmal schaue ich Englisch dort. Also Fula mit Englisch. Also die Landessprache mit Englisch gemischt. Ja. Muss bestimmt interessant klingen. Und du Stoney High. Ja. Wie hast du mit der Musik angefangen? Ja. Sorry für mein blödes Englisch. All right, man. Ja. Ich habe die Musik angefangen seit langem, man. Seit ich bin jung. Ja, man. Ja. 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 Ich bin ein bisschen closer. Also wie gesagt, Leute, wer auf jeden Fall Reggae Dancehall interessiert ist, sollte die Jungs auf jeden Fall mal abonnieren und liken und teilen, supporten auf jeden Fall. Lohnt sich, denn in Zukunft wird viel noch kommen, ja? Und du hast auch Musik in Gambia gemacht, ja? Ja, ich habe Musik in Gambia schon lange gemacht. Ich habe Musik gemacht und ich habe Unterstützung gemacht. Ja, ich mache Musik in Gambia, aber ich schreibe ein paar Hip-Hop, aber ich weiß, dass die Dancehall ist der richtige Ort in Gambia. Also die Konditionen sind, man weiß nicht, aber jetzt bin ich hier. Also habe ich herausgefunden, dass ich meine Hip-Hop-Tracks habe und mit meinen Jungs, Dancehall Hip-Hop, und mache eine neue Musik, wobei jeder will es lieben und jeder will es fühlen. Das sind unsere Träume, Dancehall Rap, wir wollen es zum nächsten Level nehmen, ja? Also wir wollen, dass auch andere Menschen draußen den gleichen Stylen machen, wie wir machen, ja? Weil wir wollen, dass wir alle das gleiche machen, ja? Ja, wir fühlen so. Also, daheim in Gambia hat er auf jeden Fall Dancehall Musik gemacht und wird hier in Deutschland Reggae Dancehall Rap Mix versuchen zu etablieren und es auf allen nächsten Level zu bringen. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Ich sage ja, mein Englisch ist nicht so gut, leider. Sorry, mein Englisch ist nicht so gut, ja? Und von woher bekommst du deine Inspiration für die Musik, um Musik zu machen? Wer ist deine Inspiration? Oh, das ist eine große Frage. Aber woher bekommst du meine Inspiration? Ja, was ich denke, ist von Gott, ja? Ja, es Gott, der mir die Inspiration, die ich bekomme, ja? Manchmal habe ich das Gefühl, zu schreiben, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, ohne Musik zu schreiben, wo ich singe, ja? Im Studio. Da gab es eine Song, die wir gelesen haben. Diese, R.I.P. Ich habe das nicht geschrieben, ja? Oh, du hast es nicht geschrieben? Ich habe es nur aus... Ich gehe ins Studio und singe es, ich habe es nie geschrieben. Aber manchmal, die höchsten Niggas, diese Song, ich habe es geschrieben. Aber ich habe auch eine Musik, ich habe es geschrieben. Ich habe es geschrieben, aber ich habe es geschrieben, ich habe es geschrieben. Es ist nicht so, wie in Freestyle, duißt? Und manchmal, wir machen es in Studio, wir kommen einfach in Studio und Freestyle, wir haben es nicht geschrieben. Und wir performen auf eine Bede, woher es nicht unsere Bede und wir hörenen diese Bedeutung. Wir haben einfach, die Produktion spielen und wir einfach, wir performen auf es. Und wir machen es Freestyle, duißt? So, duißt, wir haben die Talente, wir können Freestyle, bis zum Ende, wir können das Bedeutung machen. Ja, man, das ist ein neues Bedeutung, du musst es wissen. Aber was ich denke, was für die Musik-Live, die wir jetzt leben, ich und Stonie, ist, duißt? Das Bedeutung von Gott für uns, duißt? Und die Musik-Experienz und das Bedeutung, die wir bekommen, ist auch ein Bedeutung von Gott, duißt? Ja, man, weil, das ist eine Sache, duißt? Meine Inspiration, ich weiß nicht, woher sie kommt. Weil, sogar meine Freundin sagt mir, du schreibst, duißt? Ich kann nicht mehr, wie viel ich schreibst, du? Ich kann nicht mehr, wie viel ich schreibst, ich kann dir das nicht sagen. Aber ich schreibst eine Menge Musik. Und ich kann die Musik machen, bis ich alt bin. Ich werde nie auf die Rilics nicht überhören, weil ich die Rilics sehr einfach. Nur für die TV, ich habe drei Rilics, oder vier Rilics. Ja, ich gehe einfach raus, duißt? Wir sind da, du hast Rilics. Wir sind da, du hast Rilics. Wir sind da, du hast Rilics. Ja, Mann. Und wirklich, wirklich, wir stehen dafür, duißt? Und wirklich, das ist auch unser Leben, duißt? Es ist Teil unserer Leben. Musik ist unser Leben, ist Teil unserer Leben. Ja. Und wirklich, wir stehen dafür, duißt? Also, die Inspiration für die Musik haben jetzt auch beide gesagt, ja. Sie holen sich, wie gesagt, aus dem Leben. Natürlich, der liebe Gott hat Ihnen das Talent gegeben, haben Sie gesagt, ja. Gott gibt dir das Talent, und du benutzt es in den Kabinen, ja? Wir bekommen es von Gott, duißt? Die Blödsinn der Musik, die wir bekommen, wir bekommen es von Gott. Es ist eine Blödsinn von Gott. Ja, weil viele Leute, die können nicht tun, was wir tun, wie Musik. Ja, Mann. Ja, Mann. Und ich habe gesehen, ja, ich habe gesehen, viele Leute, viele Leute, die sagen mir, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen, sie wollen mit uns, und wir machen Musik zusammen, duißt? Aber einige Leute, die sagen mir, oh, ich kann nicht schreiben. Einige sagen mir, oh, ich singe langsam. Aber ich sage ihnen, die Musik. Ja, die Musik ist ein Gefühl, duißt? Wenn ich sage, du kannst es, du kannst es, du kannst es. Ja, Musik, ich denke, wenn ich sage, du kannst es, du kannst es, du kannst es. Ja, aber einige Leute, die wollen Musik machen, sie können es nicht. Aber wir bekommen die Blödsinn von Gott. Ja, ich verstehe. Ja, okay. Ja, Musik ist unser Gefühl, 100% unser Gefühl. Ja, Mann. Es ist unser Leben. Wie wir sagen, wir sagen, es ist unser alltäglicher Teil unserer Leben, Musik. Ich schreibe Relics jeden Tag, das gleiche mit meinem Mann, Seabreaker. Und wir trainieren jeden Tag, wir schreibe Songs jeden Tag, wir machen das jeden Tag, weil es ist unser Leben, duißt? Das ist das, was wir machen, Mann. Und das ist das, was wir stehen für. Und das ist das, was wir stehen für. Das ist unser Zukunft, duißt, was ich meine? Du sprichst über Musik, du sprichst über meinen Lebensstil. Du sprichst über Musik, du sprichst über mich. Du sprichst über Rap, du sprichst über die Turkish World Gang, duißt, was ich meine? Also wir brauchen Unterstützung. Also Sie sagen wirklich, die Musik bei denen ist im Blut, das ist ihr Leben. Und teilweise gehen sie in die Aufnahmekabine ohne was zu schreiben. Der Beat läuft und die Freestyle einfach drauf. Teilweise, die haben mir vorhin einen Track gezeigt, das war I'm Going Down, was you didn't write on it. Nein, das war RIP. Der RIP, ich schreibe es nicht. Ah, so. Also bei den Jungs ist wirklich viel Freestyle. Teilweise, es gibt halt Leute wirklich, die nehmen Freestyle auf, die schreiben ihre Texte komplett. Stichwortartig haben wir ja alle schon gehabt. Aber bei den Jungs ist es halt wirklich komplett Freestyle. Die Jungs hatten auch schon Auftritte gehabt und ich werde dir jetzt einfach dazu fragen. I said that you already got your own show. You was on stage. How was it for you to be on stage? And would you like to be more on stage to perform your songs? Yeah man, we want to perform on stage, because we want the people to know what we are doing. And we want the people to understand the talent that we have, you know. It doesn't matter where you come from and who are you. What is smarter is what you have. Because we have talent that people need, you know. So we want the people to give us a chance to perform on the show and show them what we got, man. And show them that we got the stuff, you know. Yeah man. Okay. And how was the feeling for you to be the first time on stage? I don't think so, it was the first time what I saw on the video. Yeah man, you know, the feeling was, you know, I have a good feeling. Because I see myself on stage, people listening to me, people enjoying what I'm saying. And people are shouting and screaming. I feel like they are enjoying me, you know. I get glad, man. That was good, man, for me, you know. And it's a good time of my career. It was a good part of my career, you know. So I enjoyed a moment, you know what I mean. Okay. And how was the react from the people? You were, I think, with Stoney on the stage. How was the react from the people, yeah? Okay, for the react of the people, I think that they feel lovely, they feel happy. And they were really enjoying what we were doing, you know. And everybody was considering on us what we were doing. I mean, it was nice and everybody loved it. And everybody liked it. And we liked it too. Yeah. And we appreciated, you know. It was so nice, you know. It was very nice. Yeah. Okay. And you wish to be more on stage? Yeah, of course. Of course. We wish to be more on stage to perform, you know. To get more feeling on it, you know. Because of the more you are getting, like, the more you are getting, like, these small, you know, state programs, you know. The more you are getting confident of the crowds, you know. The more you are getting, the more you are knowing what is going on, you know. And the more people are going to know you too. You know, you will know people which like you and people which hate you, you know. But like a singer, you said that you are an artist, but you don't do like, you don't have so, you know. Still now it's left, you know. When you say that you are an artist, you have to get some shows, you know. To show out yourself. To know people. To people also to see you and know you, you know. It's very important in the musician also. So, also, the young Stoney High and Sea Breakers, eh, Sea Breakers from Turkish World Gang, would like to perform on the stage. If you have any interest in Reggae Dancehall-Künstlers, like Sea Breaker and Stoney High, you can book them of course. I will link all the contacts in the description. One second, please. We are just doing it. You're sitting right here. You are right here, if you want to. One second, please. Okay. Very nice. Okay, very nice. Thank you. So, yes, here in Bucknang, the Jungs are apparently quite a bit familiar. I think they know you already here. A lot of people are coming to say hello. Ja, da waren schon ein paar Leute. Wir haben die Gang hier. Ja, die Turgis World Gang ist die Gang. Wir haben die Gang hier. Wir haben viele Leute in dieser Gruppe. Wir haben viele Leute, die uns unterstützen. Aber trotzdem brauchen wir Unterstützung von anderen Leuten in der Stadt und überall. Remember, wir machen das für die Leute. Wir machen das nicht für die Turgis World Gang. Wir machen das für die Leute. Ich mache das nicht für mich selbst. Seabrecker macht das nicht für sich selbst. Aber wir machen das für die Leute und das für die Welt. Also in der nächsten Minute, wir erwarten alle, dass wir uns unterstützen. Wenn ihr uns nicht unterstützt, dann müssen wir uns. Weil wir kommen. Also mehr oder weniger hat er gesagt, wenn ihr uns nicht supportet, müsst ihr uns akzeptieren. Denn die Jungs werden hundertprozentig kommen. Ja, hundertprozentig kommen. Wir haben das, hundertprozentig. Hundertprozentig kommen. Und wir machen große Dinge aus hier. Wir machen Musikvideos. Wir machen Shows. Wir machen klassische Dinge. Wir machen neue Dinge. Und wir haben unsere Talente. Okay. Ja, Mann. So, Leute. Let's talk about your music. What is the music you make and what it means for you? If you like to explain for the people, also was bedeutet die Musik for the Jungs? What kind of music you do? Me. Me. I do dancehall Musik. Ja. Tada. Ja. Hat er schon gesagt. You said it already. Sorry. What is the meaning of your music? The meaning of my music. The meaning of my music. The meaning of my music is that, you know. Sorry. Sorry. Ich habe eine bessere Frage. Ich verpacke die Frage ein bisschen besser. Ähm. Jetzt habe ich, jetzt bin ich raus, ja. No, no, no. Wait. 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 What is the... Explain your music, ja. Tada. Explain your music for the people, ja. Explain my music. Yes. Like, which kind of... The kind of lyrics, kind of the sounds, the vibes, what you was talking about. Okay. Because of the R.I.P. that one... The one that we are from shooting the video. That was... That was R.I.P. Like, what I was talking is like, I hear you when the cops knocking on my door. I hear you when the cops knocking on my door. But I love you when the bitches knocking on my door. And hopefully everybody love that. When... Everybody. Yeah. When... Everybody hate that when cops knocking on your door, you know. So... But... It's part of life also. And I think it's a music. Music is just a music, you know. So... So... The music what you do is more about your life. So real, yeah? Yeah. It's about my life. It's about my feeling. It's my hobby what I can say. Yeah. It's all about our life, you know. Like, when you talk about the music, you know, right. It's the... Like I tell you before, it's the everyday seat of me, you know. So it's the everyday seat of Turkish World Gang. But normally our relics come from life. Like, you watch something on the TV, or what is happening to the people. Or what the world is facing, or what is going on. Or the kind of stress you have, and nobody knows about it. So you make it in the music, and it's interesting. Because you have a topic. Some people may think you are saying fuck and this. But whilst... Don't listen to only that fuck. Just go and listen the whole music, then you will get something for yourself, you know. Yeah, I guess so. Also, more or less, their music... ...handelt actually completely over their life, yeah. Also, what you hear is completely real and real, yeah. Yeah man, it's real, man. This music is real. This music is real. Nothing is like, you know, fake thing or what. We are doing this for real, and it's real, and it will be real forever. So we are doing real things. We are no more doing joke things, you know. Like I told you, we do it to work. We don't do it to joke, you know what I mean? So, you know, like, everybody have to know this. When you hear Turkish World Gang, just open up the radio. And try to listen to that shit. Listen to what this nigga is talking about. You're going to feel it, man. Okay. So now, let's talk about future projects. Yeah, man. What you plan for the future? Future projects, bro. Future projects, bro. What did I plan for my future? Future projects, bro. What did I plan for my future is too much, you know. Come a little bit closer. Yeah. Okay. What's your plan? What I plan for the future, yeah. To hit the wall, you know. Yeah. Mixtapes, EP, videos. The mixtapes also. So, we are working on it. And I hope so soon it will come out, you know. Okay. And let everybody expect, sorry. Let everybody expect that the video, sorry, the mixtapes is coming soon, you know. Inshallah, you know. By the great of God, you know. All right. So, yeah. So, but our, what is our wish is that, you know, to make our things as faster as, you know, as normal, you know. But as for right now, you know, things are going slow, you know. But, you know, but still also we are taking, we are working, we are working hard on it, you know. We are working hard on it. And I believe that everything will be okay. For what we promised to all people, you know. To all the fans of Turkish World Gang, you know. Also, like I said, it is a mixtapes planned from Turkish World Gang. It will be hard to work on it. Of course, we wish that it will be a little bit faster, but it will be a little bit slower. So, what are your plans? Yeah, man. The mixtape is coming up. I think it's the same. You are one crew. Yeah, we are all one crew. Like Seabreaker, what you say, the mixtape is coming up. So, everybody stay ready for Turkish World Gang mixtape. And we are shooting more videos the next month. We are shooting another video. So, y'all stay in to check on this video. It's going to be mad. It's going to be dope. And we have shows coming too, you know. We have a show in Berlin, like, you know, 2017 February, January. Don't worry. Yeah, stay ready. We are coming to Berlin. We are coming to Berlin City. Everybody stay ready. You come to this show coast to coast mixtape, you know. Turkish World Gang live on stage, you know. So, get ready. If you want to see Turkish World Gang on stage for the first time in Berlin. You know what I mean? So, stay ready, man. So, that means you are going to be live on stage in Berlin, yeah? Yeah, we are going to be live on stage in Berlin, yeah? From the show coast to coast, yeah? Coast to coast mixtape. Yeah, we are going to be live on stage in Berlin. Coast to coast mixtape, 2017 January. You all know this, you know. 27 January, not February, yeah? Not February, January. Okay. Yeah, man. Also, am 27. Januar in Berlin wird es eine Show geben. Ich hoffe, ich sag das jetzt gerade richtig. Coast to coast mixtape. Yeah. Da wird es eine Show geben, wo die Jungs auch auftreten werden in Berlin. Und ja, wer natürlich da in der Umgebung ist, wer sich gerade das Video anguckt, kann natürlich da hingehen und sich das anschauen, ja? Coast to coast. We will take out the Flyers, you know, for more information. It will come later, you know. We will bring some information about it, about the dates and about the program, posters, the Flyers. So, you know, you stay ready, coast to coast mixtape. It's gonna be a whole thing, you know? Everybody has to be there, because this is gonna be crazy, you know? Yeah. Und natürlich hoffe ich auf viele, viele weitere Shores. Okay. Thank you, gentlemen, for this nice interview. Stoney High. And Sea Breaker. So, the last words, of course, if you wanna make a shout out, if you wanna say hello to some people. I give you, gonna give you the microphone that you can make. Yeah, man. You're gonna do it. Yeah, I say hello, hello, hello to everybody. Hello to everyone. Hello to the world, I say. Hello to the fans of Togges World Gang, yeah. We are ready for making hard work, you know? But always, I say hello to all our fans, you know? Always, every time, yeah. Everybody, like everybody out there, it's Togges World Gang, you know what I mean? We're talking every day and night, you know? You see, right now, we're here representing for Frankfurt, the freshers. More freshers on the background, you know what I mean, nigga? Y'all check this out, man. So, we're gonna bring some freestyle for the fans, then. But everybody watching this, we say Saras to you, man. Y'all check on Togges World Gang. This shit gonna be crazy. So, start follow Togges World Gang in every media outlet, you know what I mean? Stay ready. Yeah, now... Ah, now... Now you remember me on something. Where the people can follow your Facebook, Instagram, Snapchat... Yeah, man. You can follow Togges World Gang in Instagram as Togges World Gang. You can follow Togges World Gang in Twitter as Togges World Gang. In Facebook, you say Togges World Gang. In Reverb Nation, you say Togges World Gang. In YouTube, Togges World Gang. So, yeah, I'll check out. It's a lot of media outlets, you know. Any media connection, you can get T-T-T-W-G, Togges World Gang. You can connect to our website, you can search it. Togges World Gang. Bandsircle.com, you know, you see it. And you're on Reverb Nation also, yeah? Yeah, we are on Reverb Nation. You can search us in Reverb Nation too, you know. We do it everywhere, you know. And log in everywhere you see we, you know. It's Togges World Gang, Togges, you know. Okay. Aber sowieso, wie gesagt, die ganzen Kontaktinfos, Facebook, Instagram etc. pp. Will es auf jeden Fall in den Beschreibungen geben. So, gentlemen, again, thank you very much for your time. Yeah, come on. Yeah. Und wir machen jetzt weiter mit dem... Wir machen jetzt weiter mit den Blogs. Und da wird ein bisschen gefreestyled. Da zeigen die Jungs ihre Skills. Vielleicht haben wir ja noch Glück. Und wir finden noch ein paar Member, ja. Die dann auch noch mal vor die Kamera kommen, was performen. Wie gesagt, das war Frankfurt Freshes mit Sea Breaker. Stoney High von Turkish World Gang. Mein Name ist Mo Frisch. Und wir sind raus. Und wir sind für einen größeren Diffresse. Diffresse